ja ihr habt gerade gesehen die waschmaschine braucht noch gute zwei stunden 90 grad ich muss diese begrüßung leider neu drehen mir ist aufgefallen ich hatte gerade gesagt wäsche abhängen ich meine natürlich wäsche aufhängen ja sowas passiert auch so dass ich diesen kurzen tag eben neu drehe für euch ich hätte natürlich auch drin lassen können wo ich wäsche abhängen sag und nicht aufhängen also viel spaß gleich beim wäsche aufhängen lasst ein kostenloses abo da däumchen werden träumchen und so weiter und so fort ich kriege es nicht so gut hin wie beim ersten take aber viel spaß jetzt mit dem kurzen video ja meine freunde von robert tv jetzt vielleicht jetzt hört gerade auf schöner regenschauer ja ich denke mal ich steige euch gleich mal ein paar regen sehen hier in das video rein ja kann man ja mal machen so ein bisschen um das video aufzulockern ja man hört also ist schon nicht ohne so nachdem ich euch mal ein paar regen sehen eingefügt habe in dieses video in dieses aushalt am frühen morgen video habe ich jetzt noch eine stunde 40 bis meine wäsche fertig ist wir sehen uns dann gleich auf jeden fall zum wäsche aufhängen wieder bis später so meine freunde von robert tv wäsche ist fertig nun kann sie aufgehangen werden ja ich habe es ja versprochen ich sing meine schützenfestchoreo ihr findet sie in der trop inspire denn bis jetzt musste diese gefördung Jedes Jahr der Tag ein Schützchen festfeiern Nanananananana Nanananana 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 Und scheißegal Wo wir an der Theke stehen 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 Schützchen festfeiern Jedes Jahr der Tag lang Schützchen festfeiern Jedes Jahr der Tag lang Schützchen festfeiern Nanananananana Nanananana Nanananananana Nanananana Ja, und was einem gut gefällt, wenn ich meine Schützen festkoreofeife. Und scheißegal, wo wir an der Theke stehen, und scheißegal, wo wir an der Theke stehen, und schützeln festfeiern, jedes Jahr der Tag lang, und schützeln festfeiern. Jedes Jahr der Tag lang, schützeln festfeiern. Und scheißegal, wo wir an der Theke stehen, 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 schützeln festfeiern. Jedes Jahr der Tag lang, schützeln festfeiern. Jedes Jahr der Tag lang, und schützeln festfeiern. Na, 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 na... So sieht es nämlich aus, ich habe es nämlich gleich auch schon fertig, normalerweise kommt bei mir die Wäsche aus dem Balkon, ihr habt es ja vorhin in der Impression gesehen, kommt heute nicht so gut, dann wird die Wäsche ja wegfliegen, deswegen bleibt die bei mir in der Wohnung, zack, 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 so jetzt muss ich gleich nur eben gucken, erstmal habe ich wieder das große Wäscheklemmern Problem, dann machen wir das Beste draus, erstmal hier, ein bisschen Platz machen, damit mein T-Shirt hier auch hinpasst. Ja, ich glaube heute reichen die Wäscheklemmern. Und scheißegal, wo wir an der Theke stehen, und scheißegal, wo wir an der Theke stehen, Schützenfest feiern, jedes Jahr der Tag lang, Schützenfest feiern, jedes Jahr der Tag lang, Schützenfest feiern, jedes Jahr. Na na, 3 Tage lang, und Schützenfest feiern, na 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 na, na 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 na, na 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 oh Oh, ich glaube, mein Wäscheständer ist zu klein. Das finde ich heute nicht so fein. Aber wir machen das Beste draus. Ich würde mal sagen, das passt. Ja, ihr mal die Kamera dreht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sage, ciao mit Frau Robin. Danke fürs Zusehen. Support ist kein Mord. Macht einen Daumen nach oben da. Macht einen Daumen. Däumchen ist ein Träumchen. Was sagen wir eigentlich? Tschüss. Tschüss.